Die Mehrzahl der Unternehmen, die ein Risikomanagement-System aufgebaut haben, überprüfen lediglich finanzielle Risiken. Also Dinge wie Forderungsausfälle oder Sachschäden durch Diebstahlvandalismus oder Natureinwirkung. Dabei gibt es aber auch eine ganze Zahl an Risiken, die nicht finanzieller Art sind. Und wie man die findet, das zeige ich in diesem Video über die Risikoidentifikation. Ach ja, am Ende des Videos verrate ich Ihnen noch die drei Top-Prozessrisiken, die Sie sich unbedingt mal anschauen sollten. Bleiben Sie also dran. Ich grüße Sie, mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Wie identifiziert man denn jetzt nun Risiken in einem Unternehmen? Die Risikoidentifikation ist nun der erste zentrale Schritt zu einem funktionierenden Risikomanagement-Prozess. Und dazu gibt es zum einen verschiedene Methoden der Erhebung, wie zum Beispiel das Brainstorming oder auch verschiedene Vorgehensweisen eben, wie das Top-Down- oder Bottom-up-Verfahren. Und auf diese beiden Bestandteile, nämlich die Art der Erhebung und die Art des Vorgehens von ober nach unten, geben es nun näher ein. Starten wir also mit der Erhebung von Risiken im engeren Sinne. Und eine gute Methode für Personen, die noch relativ neu in dem Thema sind oder gerade erst anfangen, das betriebliche Risikomanagement aufzubauen, ist die Nutzung von allgemeinen Risikokatalogen. Und die findet man also in jedem Buch über das Thema Risikomanagement. Aber solche Themenfelder zum Beispiel, da möchte ich Ihnen gleich einmal ein paar sagen, damit Sie gleich einen guten Start haben können. Themenfelder von solchen Risikokatalogen sind zum Beispiel strategische Risiken oder politische Risiken, rechtliche und regulatorische Risiken, technische Risiken, finanzielle Risiken, informationstechnologische Risiken, personelle Risiken, Prozessrisiken, Infrastrukturrisiken und Risiken für Gesundheit, Leib und Leben. Und diese recht abstrakten Risikothemen muss man dann eben anfangen zu zerlegen in kleinere Häppchen, weil mit solchen Riesenbegriffen kann man meistens im Unternehmen nur wenig was anfangen. Und das könnten dann die verschiedenen Risikoarten sein. Nehmen wir mal das Beispiel, was ich vorhin hatte, aus dem Feld strategische Risiken. Das könnte man jetzt zum Beispiel zerlegen in Marktrisiken und da auf der anderen Seite vielleicht dann auch Wettbewerbsrisiken. Und bei den Marktrisiken kann man das dann wiederum aufsplitten, quasi wie so eine Art Baum bilden, dass man da eben immer feiner wird, zum Beispiel in unerkannte Trends oder unerkannte demografische Entwicklungen. Und beim Thema Wettbewerbsrisiken könnte man es zum Beispiel dann auftrennen in Themen wie unerkannter Zusammenschluss und Kooperationen oder Markteintritt von neuen Wettbewerbern. Sie sehen also, man kann das Thema strategisches Risiko schon auffächern und damit das Ganze in entsprechende kleinere Häppchen reinbekommen, und einen sogenannten Risikobaum zu bauen, von dem wir eben ausgehen von den großen Themen bis hin zu den kleinen Verästelungen, die jeweils konkreten Risiken drin verordnen kann. Und wie macht man das jetzt rein technisch? Wenn man so einen Baum machen möchte, das müssten wir ja vielleicht irgendwie aufschreiben, oder wie macht man das am besten? Da kann ich Ihnen einfach empfehlen, nehmen Sie eine Mindmap-Software zum Beispiel, die es ja sowohl kostenlos online gibt, als eben auch Teil von vielen Standard-Office-Paketen drin ist. Das unterstützt eigentlich sehr einfach das Zerlegen quasi in so eine Baumstruktur. Man kann natürlich auch Excel nehmen, aber da muss man eben darauf achten, dabei nicht den Überblick zu verlieren, weil wenn Sie also so in den jeweiligen Spalten und Zeilen das immer weiter aufgrößeln, kann das in der Listendarstellung wie bei Excel relativ schnell unübersichtlich werden. Und die dritte Variante ist also der Aufbau eines richtigen Risikokataloges, zum Beispiel in Ihrer Prozessmanagementsuite. Und da sehen wir schon wieder auch die Verbindung eben zwischen Risikomanagement und Prozessmanagement. Viele Prozessmanagements wie zum Beispiel ADONIS von BOC bieten eben genau solche Möglichkeiten an, dass man Relationen darstellen kann zwischen Risiken und Aktivitäten oder Prozessschritten. Und wie das zum Beispiel in ADONIS funktioniert, das zeigen wir also in weiteren Videos. Deswegen abonnieren Sie jetzt gleich den Kanal, damit Sie diese Videos mit vielen praktischen Tipps zum Thema Risikomanagement und Prozesse eben nicht verpassen. Wir machen da noch ganz viele dazu. Andere Arten der Risikoidentifikation sind natürlich das klassische Brainstorming zum Beispiel oder Interviews führen und Workshops machen. Also das ist die Art und Weise, wie man letztendlich schauen kann, was gibt es denn alles so für Risiken. Und jetzt verrate ich Ihnen noch einen echten Schatz für Ihre Risikoidentifikation. Das ist Ihre betriebsinternen Fehlerprotokolle. Diese Fehlerlisten, was ist denn alles schon mal schiefgegangen. Und wenn Sie das systematisch erfassen, was schiefläuft, dann bauen Sie neben den echten Erkenntnissen zur Prozessverbesserung gleichzeitig eben auch ein Risikoregister zu Ihren Prozessen entsprechend mit auf. Und dazu wieder auch ein Beispiel, damit es ein bisschen klarer und konkreter wird. Es gab zum Beispiel den Fehler beim Aufmaß. Und da draufhin wurden eben falsche Teile bestellt. Oder die Frau Schmidt hat sich beschwert, weil eben der angekündigte Termin nicht gehalten worden ist. Oder der Herr Mayer hat einen Montagefehler entdeckt und deswegen muss zu Nacharbeiten noch auf die Baustelle gefahren werden. Das sind solche typischen Fehler, die passieren. Die passieren in jedem Unternehmen. Das ist menschlich. Aber letztendlich, wenn Sie die inventarisieren, dass es eben aufgrund von falschem Ausmaß zu falschen Bestellungen kommt, dann können Sie eben genauso auch als Risiko viel, viel besser einfach mit indifizientieren und in Ihre Betrachtung mit einbeziehen. Also das systematische Aufschreiben von Fehlern lohnt sich daher nämlich wirklich. Das ist nicht nur Bürokratieaufwand, sondern es hilft eben wirklich, Ihren individuellen Risikokatalog für Ihr Unternehmen entsprechend aufzubauen. Und daraus können Sie dann auch wirklich lernen und zum einen Ihre Prozesse auch wirklich verbessern. Aber eben auch, Sie können prüfen, was ist alles falsch gelaufen und wie muss ich dann damit umgehen? Gibt es vielleicht Dinge, die ich versichern muss? Oder gibt es andere Dinge, die ich vielleicht irgendwie anderweitig lösen muss? Und da haben Sie eben dann Ihr ganz individuelles Register. Damit sind wir dann bei der Frage des Vorgehens. Soll man jetzt top-down, also von oben kommen oder bottom-up, von unten kommen vorgehen? Wie macht man das am besten? Also von oben, von der Geschäftsführung anfangen, die Risiken zu identifizieren, in einem kleineren Managementkreis sich das zu überlegen oder von unten quasi von den Mitarbeitern aus mit großen Workshops und zu fragen, was geht denn alles schief? Das hat also alles zwei seine Vor- und Nachteile. Deswegen meine Empfehlung, fangen Sie zuerst mal top-down an, diese Risikofelder wie strategische Risiken und so weiter festzulegen und so weit wie möglich diesen Baum in kleinere Häppchen zu zerlegen. Das hat nämlich den Vorteil, dass Sie keine großen, wichtigen Themenfelder vergessen oder aus dem Blick geraten, die vielleicht der Mitarbeiter, der jetzt an der Montagelinie irgendwo ist oder der entsprechend in der Werkstatt irgendwo arbeitet, vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat. Wettbewerbsrisiken zum Beispiel sind solche Themen, die normalerweise in der Abwicklung jetzt nicht so ganz klar bekannt sind, wahrscheinlich eher im Vertrieb. Und dann sollten Sie aber auch irgendwann dann die Vorgehensweise wechseln und bottom-up letztendlich Ihre Mitarbeiter dazu zu ermuntern, die betrieblichen Abläufe tagtäglich wirklich nachzufragen, intensiv einzubeziehen, wie damit den konkreten Risiken in Ihrem Risikobaum einzusortieren. Dass Sie also wirklich Ihre Mitarbeiter an der Basis mit einbeziehen, dass die Ihren ganzen Erfahrungsschatz mal wirklich aus dem Kopf rausbringen dann mal ausspeichern und Sie entsprechend diese Risiken wirklich dann mit aufnehmen können in Ihr Risikoregister. Was ist der Vorteil letztendlich davon, wenn Sie die Mitarbeiter alle mit einbeziehen? Es gibt bestimmte Dinge, die Sie vielleicht gar nicht mehr mitbekommen haben, weil Sie aufgrund von Hierarchie eben schon zu weit weg sind vom operativen Geschäft, aber die Ihre Mitarbeiter eigentlich sehr wohl kennen und das eben entsprechend ansprechen. Und Sie haben top-down eine gewisse Struktur vorgegeben. Der Nachteil ist bei bottom-up, wenn man es nur machen würde, es ist die Gefahr da, dass man sich leicht im Kleinen, Kleinen verzettelt, was alles schiefgehen kann, aber die großen Themen einfach entsprechend übersieht. Manche Sachen muss auch einfach in der Geschäftsführung regeln. Das sind also die zentral gemanagten Großthemen oder Großrisiken. Denken Sie jetzt hier zum Beispiel an Feuer oder an andere Elementarschäden oder an externe Risiken eben, wie zum Beispiel Wettbewerber, die neu auf den Markt eintreten. Und auf der anderen Seite bekommen Sie eben von den Mitarbeitern wirklich diesen wertvollen Input, falls Sie irgendwas übersehen haben oder vergessen haben. Dann können Sie den Risikobaum nämlich wirklich leicht ergänzen. Wer sich tiefer mit dem Thema top-down oder bottom-up beschäftigen möchte, da haben wir nochmal ein Hintergrundvideo auch gemacht. Das schauen Sie mich mal anschauen. Das ist wirklich recht informativ, wo wir das ganze Thema nochmal wirklich vertiefter aufgreifen. Und jetzt hatte ich Ihnen noch am Ende diese drei Prozessrisiken versprochen, die viele Firmen noch überhaupt nicht auf dem Schirm haben, aber wo es sich wirklich mal drüber lohnt, nachzudenken. Erstens, der Geschäftsprozess ist ungesteuert. Was bedeutet das? Es gibt also kein systematisches Management des Prozesses, also auch keinen Prozessverantwortlichen, keine Prozessdokumentation, keine Prozesskennzahlen und Ähnliches, sondern man arbeitet halt irgendwie, aber der Prozess ist de facto ungesteuert. Das ist also sicherlich eines der wesentlichen Prozessrisiken. Der Prozess kann ineffizient sein. Denn wenn es nämlich keinen systematischen Verbesserungsprozess gibt und auch keine wirkliche Prozesssteuerung, das hatten wir beim ersten Thema, dann ist die Chance relativ hoch, dass der Prozess einfach nicht leistet, was er leisten soll oder leisten kann. Und aus diesen Prozesskennzahlen heraus stößt ja normalerweise ein Prozessverantwortlicher eben die entsprechenden Verbesserungsschritte ein, wenn er erkennt, dass der Prozess nicht das leistet, was er eigentlich tun soll. Es hat sich eben jeder eingerichtet und seit Jahren läuft es halt irgendwie. Und das dritte Prozessrisiko, das ist auch ein ganz wichtiges, was die wenigsten auf dem Schirm haben, das Prozesswissen ist singulär. Was passiert denn zum Beispiel, wenn einer der Mitarbeiter, der das Expertenwissen in einem ganz bestimmten Prozess hat, ausfällt? Sei es, weil er jetzt erkrankt ist oder weil er gekündigt hat oder weil er in seinen wohlverdienten Ruhestand geht. Das sollte man wirklich mal hinterfragen. Brauche ich eine Vertretungssicherheit? Wie muss die gestaltet sein? Wie kann ich sicherstellen, dass das Prozesswissen eben nicht singulär ist? Und jetzt interessiert mich wirklich, was Sie aus dem Video mitgenommen haben. Schreiben Sie mir Ihre Anregungen und fragen doch in die Kommentare rein. Ich greife die wirklich sehr gerne auf und ich beantworte die auch in den folgenden Videos. Wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video.